ich heiße sie ganz herzlich willkommen zu einem kurzen marktupdate der s um 500 kommt in dieser woche nicht weiter ein wichtiger widerstand wird respektiert und scheint sich auch weiter zu festigen schauen wir mal auf die charts den risikoinweis gibt es natürlich wie immer vorab der handel mit cfts der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handels empfehlung ausspreche gehen wir rüber in die xstation und schauen uns die lage mal im vier stunden chart an wer ist nun bewundert hat gestern das tagestief vom mittwoch durchbrochen nach oben korrigiert und dann den rückgang fortgesetzt zuvor hatte der index kurz vor einem wichtigen widerstand gedreht an dem es ja am vergangenen dienstag einen fehlausbruch gegeben hatte jetzt läuft das us börsenbarometer in einen wichtigen unterstützungsbereich rein und bei einem bruch nach unten könnte sich der index in richtung wichtiger unterstützungsmarken bewegen zu bewegen und da würde ich mich an folgendem orientieren vor allem an den ungleichgewichten ein ungleichgewicht entsteht wenn der markt zu stark steigt und in diesem bereich kommt der markt dann zu einem späteren zeitpunkt wieder zurück und da würde ich vor allem diese bereiche nennen beziehungsweise die darunter liegenden unterstützungsmarken andererseits könnte der markt sich auch nochmals nach oben bewegen am letzten handelstag der woche wenn der markt zum beispiel vorher dreht er könnte auch an diesem tief abprallen oder es könnte sogar auch einen fehlausbruch geben all das sind mögliche szenarien wir wollen aber auch noch mal überlegen wann es wirklich wieder bullisch wird und zwar wenn vor allem der widerstand bei 4145 punkten durchbrochen wird und daraus wurde der jüngste ausverkauf begonnen im wochenchart sehen wir dass das 78,6 prozent retracement möglicherweise für eine dritte woche in folge respektiert wird abwärts impuls starke rallye und die rallye ist eben nur eine aufwärts korrektur beziehungsweise eine bären markt rallye die bullen sind also weit gekommen aber das reicht eben nicht um den langfristigen abwärtstrend zu beenden und das bedeutet dass es durchaus nochmals eine annäherung an das jahrestief von 2022 geben könnte im tageschart auch noch zu nennen das tief bei 4.007 punkten letzter aufwärts impuls und das ist eine korrektur oder vielleicht auch eine ja breitere seitwärtsphase lasst gerne einen daumen da wenn euch der content gefallen hat mehr analysen gibt es in meinem video von heute morgen den link finden sie wie immer unten in der beschreibung viel erfolg für heute und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal